Also 0 auf 50. Ich bin gespannt. What? Das ist ja wie eine Achterbahn. Moin und hallo. Mein Name ist Philipp. Auf meinem Kanal Elektrozupf zeige ich euch heute, wie ich meinen Tesla Model 3 abhole. Der große Tag ist gekommen. Ich bin schon sehr aufgeregt und gespannt. Die Tasche ist gepackt. Kennzeichen ist am Start. Checkliste ist am Start. Papiere sind am Start. Es kann losgehen. Und wenn man ein Elektroauto abholt, dann muss das Ganze natürlich standesgemäß vonstatten gehen. Da sind wir auch schon. Mit dem Moya Großraum Elektro-Taxi hergekommen. Und jetzt geht's los. Bei Tesla selbst durfte ich leider keine Aufnahmen machen. Ich zeige euch aber trotzdem im Anschluss gleich, was mir alles am Auto aufgefallen ist. So, mittlerweile habe ich das Auto in Empfang genommen. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die Tesla allerdings nicht anerkennen wollte, wie es eigentlich auch schon abzusehen war. Ich freue mich trotzdem sehr über das Auto. Es hat grundsätzlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Und ich zeige euch gleich mal, wie das Auto aussieht und was diese Kleinigkeiten sind, die ich dort zu beanstanden gehabt hätte. So, ich habe es jetzt geschafft, mein Auto zum ersten Mal zum Laden anzuschließen. Es war gar nicht so einfach, aber ich habe eine Ladestation gefunden. Es lädt. Das grüne Tesla-T blinkt. Damit ist alles soweit ready. Ich möchte euch jetzt einen ganz kurzen Überblick mal geben über die Punkte, die mir bei der Fahrzeugabnahme aufgefallen sind, die Tesla aber, wie gesagt, nicht anerkannt hat als Mangel- oder behebenswürdig. Da geht es direkt hier vorn los. Ich versuche es mal so dicht wie möglich ranzukriegen. Da, diese Nase dort. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da was abgeplatzt ist. Auf jeden Fall ist die Stelle dort aufgeraut und Tesla hat gesagt, ach, das ist nicht schlimm. Das ist eine kleine Lacknase, die ist voll in der Toleranz. Dann gehen wir weiter. Nach vorn. Das ist jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich zu erkennen durch diese Fischaugen-Optik von der Kamera. Aber vielleicht erkennt ihr es. Spaltmaß. Hier relativ symmetrisch, relativ schmal. Auf der anderen Seite doch eine ganze Ecke breiter. Und in Summe sorgt das dafür, dass das hier von vorne ein bisschen ungleichmäßig aussieht. Und ich mag das auch nicht ganz so, dass hier vorn der Schlitz so schmal rüberkommt. Klar, aus der Perspektive geht es wieder. Aber hier, da sieht es so aus, als wenn das Stoßstangenteil nicht ganz ideal zur Haube ausgerichtet ist. So, dann geht es weiter ums Auto rum. Und zwar hier, diese Zierblende beim Einstieg. Die ist ganz schön lose. Bei der muss ich aber sagen, die hat Tesla tatsächlich, ja, soweit, ich sag mal, nicht aufgenommen als Mangel. Aber sie haben gesagt, man kann sich hier einen Servicetermin in der App ausmachen lassen. Und dann kommt der Tesla-Service, der sogenannte Ranger-Service, vorbei. Das ist eigentlich wiederum ganz cool. Das heißt, da kommt jemand mit einem Tesla Model S vorbei, mobil zu einem nach Hause und kann das Ganze fixen. Und da versuche ich dann natürlich auch nochmal ein paar Punkte mitzugeben. So, jetzt schauen wir uns das nochmal auf dieser Seite an. Und zwar in der Rathausführung im Rathaus haben wir dort die Rathausschale. Und seht ihr das? Da, die steht dort ab. Ich habe versucht darauf hinzuweisen, dass das doch vielleicht ein bisschen ungünstig ist, wenn da Wasser reinkommt. Aber das wurde mir leider versucht auszureden, dass das problematisch ist. Aber das werde ich auch nochmal beim Tesla-Service, wenn der Kollege vor Ort kommt, anmerken. In der Hoffnung, dass sie das befestigen werden. Eine weitere Kleinigkeit, die ich angemerkt habe, waren die Türgriffe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber die gehen hier relativ stark rein. Da ist die Kante, wenn man das mit vorn vergleicht. Da ist es sehr schön eben. Und das haben wir auf beiden Seiten. Hier auch, da sieht man es ganz deutlich, wie tief der Griff hier drin liegt. Wohingegen hier das Ganze sehr bündig abläuft. Was haben wir noch? Hinten der Kofferraum ist auch nicht ganz gleichmäßig ausgerichtet. Wir sehen hier, ist das Spaltmaß wieder relativ breit. Und an der Stelle da sehr, sehr schmal. Eigentlich sitzt er hier schon fast auf. Wir können mal eben einmal aufmachen. So, da ist es nämlich ganz wichtig, dass hier der Kofferraum nicht aufliegt an der Stelle. Und das ist hier schon grenzwertig. So, und dann ein Klassiker. Liebe Grüße an den Owe Kröger. Die Dichtung hier sitzt falsch. Die müsste eigentlich über diese Kante hinauslaufen. Die kann man aber wohl selber rausnehmen. Und dann nochmal richtig einsetzen. Automatische Haube schließt. Ach übrigens, da habe ich noch was richtig zu stellen. Der Kofferraum. Ich habe gesagt in meinem ersten Video, Kofferraum vorne und hinten zusammen haben ein Volumen von über 500 Litern. Das ist leider nicht ganz richtig. Das Volumen beträgt leider nur 425 Liter, laut Handbuch. Das Volumen beträgt leider nur 425 Liter, laut Handbuch. Und dann bin ich genau OK drinkjer. Und dann muss ich ihr Fund lower 這個 geht. Und dann rein einfach richtig zu stellen. Du faisst meine Haube es auch immer zu klein. Der Kofferraum. Aufめ phi es weiter. Ich adulterier höre in Mira. Bis jetzt stimul necesita dich da und ich in suceder Haube. Sagen wir mal hallo. Ja, hallo. Hi Max. Max, zum ersten Mal im Elektroauto. So ist es, noch nie mitgefahren mit einem. Und dann fahren wir mal los. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob wir hier überhaupt unbeschadet rauskommen. Rechts neben uns sind irgendwie noch so eine Poller, ne? Ja, genau. Da können wir hier auf die coolen Kameras zurückgreifen. Da ist der vierte Poller. Boah, ist das leise. Ich habe noch auf das Anstrengen gewartet, aber das kommt ja gar nicht. Boah, das ist ja krass. So leise. Ich bin echt geflecht. Also ich bin ja noch nie Elektroauto gefahren. Du wirst ja wirklich nur die Räder. Das ist gar nichts vor. Ja, er sunk ein bisschen. Das ist auch ganz witzig. Du kannst hier so einstellen, wie du den Lüftungsstrom haben willst. Das ist ja krass. Ist ja geil. Und hast halt keine Ventilatoren mehr, die du irgendwie so hier zuhören lassen musst. Das ist ja abgefahren. Du siehst ja, was er hier alles erkennt. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Der sieht wirklich hier die Autos erkennt. Ja, ja. Wie du steht. Der hat ja diesen Autopiloten drin. Ja, genau. Du kannst ja diese sauteure Option noch nehmen für das volle Potenzial für autonomes Fahren. Da kann er ja dann außerorts und auf Autobahnen dann auch Spurwechsel machen und auf Autobahnkreuzen sich einfädeln und so. Also sagen, ich muss jetzt auf die Abbiegespur. Mach das alles allein. Du musst eigentlich nur noch einen Blinker setzen. Und der guckt halt toten Winkel und so. Und jetzt gibt es als nächstes dann auch, dass er halt bei roten Ampeln dann automatisch anhält und so. Das macht er jetzt noch nicht. Aber er hat ja die Technik drin, das zu erkennen. Und deswegen kann man das hier so optional sich mit anzeigen lassen. Du siehst das alle. Das ist schon abgefahren. Dass es auch hier so visualisiert ist, finde ich richtig cool. Das gibt einem so ein bisschen Vertrauen, weil du weißt, was er sieht. Ja, das stimmt. Du bekommst ein Gefühl dafür, ob er wirklich alles checkt oder halt... Wobei er halt auch noch nicht davor gefeit ist, so Phantom-Bremsungen zu machen. Also das... Er ist manchmal ein bisschen zu vorsichtig und das ist auch so ein bekanntes Phänomen bei Tesla, dass der... Oder so jetzt... Er beschleunigt halt zum Beispiel hoch und jetzt fängt er an zu bremsen. Und man selber hätte jetzt natürlich gar nicht auf Fullspeed gezogen. Ja gut, das ist halt einfach... Ich weiß nicht, ob ich das schon so weit sehen kann, ne? Das... Ja. Und jetzt zum Beispiel mache ich nichts. Ich habe die 53 eingestellt. Achso, fährt der jetzt von alleine los, oder was? Ja. Ist ja geil. Er fährt jetzt von alleine los. Das ist schon ein geiler Schnickschnack, muss ich sagen. Ja. So... Spielereintechnisch richtig cool. Ja, du musst dich halt auf viele Sachen so einlassen, ne? Also zum Beispiel Scheibenwischer. Ja, ich kann den hier einmal antippen. Und auch so, dass er sprüht. Aber wenn du es halt richtig einstellen willst, dann ist das halt hier auf dem Display. Und das ist halt schon so eine Sache, ja, okay, muss man halt, muss man wissen, ne? Ja, Display ist natürlich jetzt nicht so cool, weil du dann auch den Blick von der Straße nehmst. Genau. Genau. Aber du kannst auch bei dem hier über die App noch einen Beschleunigungsboost dazukaufen. Das ist halt als Upgrade. Das ist ja nur ein Bit bei denen in der Software. Ja, ja, klar. Aber für 1800 Euro oder so hast du dann anstatt 4,4 Sekunden 3,9. Was, noch mehr? Ja, und das Performance-Modell ist bei 3,2. Also da bist du wirklich auf Supersportwagen-Level. Ja, und ansonsten Spotify, Netflix, YouTube. Netflix. Für entspanntes Fahren. Netflix. Ja, während der Fahrt geht das glaube ich nicht, aber Karaoke geht bei der Fahrt. Aber es ist Karaoke. Das hat Karin gleich ausgetestet gestern. Da hast du dann halt wirklich so schön mit eingeblendetem Text. Ich muss vorher auch einmal bestätigen, ich bin Beifahrer, wenn es bei der Fahrt abläuft. Dadurch, dass der sowieso kein Getriebe hat, könntest du wahrscheinlich rückwärts theoretisch genauso schnell fahren wie vorher. Ja, aber der ist frequenzt. Der ist frequenzt. Aber da gibt es von Daniel Abt, heißt der. Also der ist in der Formel E auch gefahren, jetzt nicht mehr. Der hat eine Kooperation mit Schaeffler gehabt, das ist ein Autozulieferer wie Continental. Und die haben ein Auto gebaut mit, ich glaube, vier Motoren, jeweils an jedem Rad eins, als Rennauto. Mit 1200 PS, rein Elektro. Und die können natürlich jedes Rad dann so frei ansteuern, wie sie Bock drauf haben. Also der kann auch auf der Stelle Donuts machen, in dem halt die eine Seite vorwärts und die andere Seite rückwärts. Und der hat versucht, einen Rekord aufzustellen mit maximaler Geschwindigkeit rückwärts. Und bis 200 PS hat er es, glaube ich, geschafft. 200 PS? Knapp über 200 PS. Es ist natürlich extrem instabil, durch die Geometrie mit den Vorderrädern. Na klar, wenn du dann vorne falsch lenkst, dann kann es sofort sein, dass es dich umreißt. Aber bis 200 PS hat er es geschafft. Dann hat er sich, glaube ich, auch krass weggedreht. Jetzt haben wir ja keinen hinter uns. Können wir ja mal einen kurzen Zwischensport machen. Ja, ganz so. Also 0 auf 50. Ich bin gespannt. What? Das ist ja wie in der Achterbahn. Ich habe es, aber guck mal, jetzt wäre es sogar noch besser. Jetzt haben wir hier doch kurz die 100. Ob wir die schaffen bis zum Orts-Eingangsschild da vorne? Ich weiß es nicht genau. Also genau am Orts-Ausgangsschild nochmal. Oh, da hinten kommt einer. Da kommt einer, da müssen wir uns aber bei. Ja, scheiße. Alter, ja. Da haben wir noch einen locker Platz gehabt bis zum Orts-Eingangsschild. Das ist das Geile. Ja. Und total ohne Drama, ohne durchdrehende Räder, ohne alles. Jetzt haben wir uns gerade eine Straße. Also es ist angeblich auch nur 80. Okay. Ich habe das Schild gar nicht gesehen. Wobei, das ist auch noch wieder so ein Punkt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Der hat auf jeden Fall eine ganze Zeit lang nur die Geschwindigkeitsbegrenzung nach Karten-Daten drin gehabt. Und noch keine Schilderkennung. Jetzt hat er gerade gesehen, jetzt hat er das Schild erkannt. Hier war auf jeden Fall auch 80. Genau. Ich hatte es aber gestern auch auf der Autobahn, was der Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt hat, die definitiv nicht da waren. Und da kamen diese großen dynamischen Anzeigen, wo 120 eingeblendet waren. Und er hat trotzdem noch gesagt, es ist unbegrenzt. Und so wie ich es gelesen habe auf der Tesla-Website, sah es so aus, als wenn das auch nur bei dem teuren Full-Safe-Driving-Paket mit drin ist. Und das wäre natürlich wiederum ein bisschen blöd. Das ist so ein bisschen wie mit dem automatischen Einparken. Das hatte mein Peugeot 308 jetzt auch schon mit drin. Nicht, dass ich es wirklich nutzen wollen würde, aber sie packen so ein paar Feature, die eigentlich dann woanders im Mittelklasse-Segment schon Standard sind, dann doch in das teure Paket das rein. Das ist ein bisschen schade. Also, was ich... Boah! Alter. Also bei 70 brauchen wir jetzt ja nicht... Also bei 80 brauchen wir nicht 70 fahren. Nee, nee, das stimmt schon. Bloß, dass du so... Wenn ich das überlege, wenn du es halt mit einem normalen machst, dann schaltest du vorher nochmal runter, dann gibst du richtig Gas und so... Ja, ja, ja. Aber die Aufmerksamkeit vorbei. Geil. Das ist schon geil. Wie macht der Roadrunner? Miep, miep! Oh, schweiß. Wie er denn noch so hinten raus nochmal so ein bisschen mehr drückt, weil er verkehrt. Am Anfang hast du diesen Ruck, dann zieht's und dann zieht's. Ja, das ist schon... Ja, das ist schon geil. Das ist richtig. Zack, gleich wieder ein Prozent mehr weg. Ja, der Motor sitzt vorne, oder? Ja, zwei. Genau, vorne und hinten. Oh, okay. Aber die sind ja klein, die sind ja so groß vielleicht. Also sehr kompakt. Das sind Allrad denn auch, oder? Ja, klar, vorne und hinten. Und du hast dieses One-Pedal-Driving, ne? Also ich hab jetzt noch nicht einmal dieses Brems-Pedal angefasst, seit wir losgefahren sind. Wenn du ein Gas wegnimmst, dann bremst du automatisch. Genau, und speist das ja zurück über... ... über das Rekuperieren wieder zurück in die... ...Batterie. Jetzt muss ich hier nochmal ein-rüber... Jetzt hast du aber gebremst, ne? Ne. Ohne? Ne, ne, ne. Ja, kennt er das? Dass du einfach... Also er sagt, innerorts hat er die stärkere Rekuperation drin. Mhm. Und, ähm... Ja, der schaltet dann einfach auf Strom. Also musst du beim Fahren eigentlich... Kannst du nicht so einfach Gas wegnehmen, sozusagen, sondern du hältst einfach mal deinen Fuß drauf, so wie du fahren willst. Ich halte ihn in einer gewissen Position, genau. Und wenn ich jetzt halt ein großer Asset, das ist jetzt zurückspeisen, ne? Ja, okay. Und dann kann man halt wieder auftreten. Siehst du auch hier, äh, wenn er nach rechts geht, dann nutzt er Strom und wenn ich vom Gas runtergehe, dann speist er jetzt zurück. Das ist cool, ne? Wir müssen nur einmal umschalten. Auf fahren. Wir fahren nämlich in Plässig. Ist ja noch der Verbrauch nochmal anders. Steuerung. Ja, also das, das Pedal. Das Gaspedal ist es ja nicht mehr. Ja, der Strompedal ist halt jetzt ein bisschen empfindlicher, sag ich mal. Okay. Und beim Losfahren hat er jetzt nicht... Ich war ja eben schon okay, wie er beschleunigt hat. Aber es ist trotzdem so, dass es... Dass er es so macht, dass es noch angenehm ist. Dass es ertretlich ist. Ich werde mal ein bisschen langer machen. Mal ein bisschen langer kommen. Ach, dann festhalten. Das geht. Da geht was vor mir jetzt, ja? Ja. Wie viele Newton sind das? Äh... Tesla ist da nicht ganz spezifisch in den Angaben. Was für... Dann haben die beiden Motoren, sind auch unterschiedlich. Die haben eine unterschiedliche Drehzahl, ihre maximalen Newtonmeter. Also was jetzt die Gesamtsystemleistung ist, ist schwer zu sagen. Aber er müsste gut über 400 PS haben. Auf jeden Fall. Ich kann ja aber auch nicht sagen, bei welcher Schuldigkeit. Aber ich sag mal so... Stell dir vor, es ist Landschgas heute, du willst das überholen. Und das geht. Aber 30 kmh war zu hoch, wenn ich schlafe. Ja. Das ist fast schon zu viel. Also eigentlich würde man es wahrscheinlich schon ein bisschen dosieren. Und nicht so... Aber gut, er regelt ja auch, dass er nicht ausbricht und sonst was. Ja, 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 das macht er. Das macht er. Das macht er auch wirklich gut. Ich finde, es hat sowas Achterbahnmäßiges, ne? Das zieht wirklich in der Wagenkühle. Das ist der Wahnsinn. Selbst als Fahrer denkst du, okay, es ist jetzt außer Kontrolle. Ist es ja nicht, aber dass es nicht aufhört. Bloß hier regelt halt noch eine Elektronik hinterher, die ja noch sagt, so, weil Autor kann das. Oder die Physik kann das und dann hört es auf. So ein unbegrenztes Stück kommt jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ja, nachdem. Ja? Weil ich glaube, gestern musste ich auch unbedingt einmal Autobahn unbegrenzt gucken, was geht. Und er schießt einfach nach vorne. Das ist die Bahn auch voll. Okay, die Windgeräusche sind über 200 DM ein bisschen zu, aber ich glaube, das ist okay. 231 DM, mehr wird es nicht. Ich hing vorher an einer ganz langsamen Ladesäule, weil die bei uns in der Haus noch nicht funktioniert. Die ist nämlich freigeschaltet. Da habe ich ungefähr von 50% oder so 55% auf 77 hochgeladen. Und das dann innerhalb von 20 Minuten in Runter gefahren wird. Komm mal kurz, kick da. Der klassische Ampelstart natürlich nur bis zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit. So heftig, es ist so krass. Und dann schmilzt natürlich die Argonverzität und so dahin. Aber ansonsten kommst du schon zu deinen 400 Kilometer, oder? Also 580 hat der im BLTP Zyklus, aber der ist halt ein bisschen, ja, der hat halt ein gewissen Anteil Stadtverkehr mit drin. Und Stadtverkehr kommt ihm ja entgegen, das ist ja anders als beim Verbrenner. Weil, du hast ja gesehen, ich bremse ja nicht, ich verschwende die Energie nicht. Auf der Autobahn hast du ja den Windwiderstand, der dann überproportional hält. Jetzt ist er ein bisschen langsam, aber es geht auch bergauf. Ja, ja, ich finde das jetzt nicht so langsam. Ich meine, die Geschwindigkeitszuwachs ist jetzt nicht mehr so groß. Und ab 2.3 weiß ich, dass er angeht. Ehrlich gesagt weiß ich aber nicht, für was die Winterräder daraus gehen. Ja, wenn nicht, dann muss ein Aufkleber drauf sein. Gut, dann gehen wir auch davon aus, dass wir es können, aber trotzdem. Das bringst du auch nicht. Nee, das mach ich ja jetzt. Ach nee, mach das nicht. Hast du ja auch Verschleiß, musst du mal die Bremse wechseln? Du musst eher zusehen, dass du häufiger mal bewusst bremst, damit die nicht vergammeln. Ja, das dachte mir auch gar nicht. Der liegt auch ganz gut, wenn der Kohle macht. Ja, aber die Elektronik hat sich nicht ganz so schnell hinterher. Das war, als ich von Gas gegangen bin, da wollte er sich dann halt eindrehen. Aber er hat ihn schön wieder eingefangen von alleine. Wie schwer ist denn jetzt insgesamt hier? 2,5? Nee, nee, 1,8 irgendwas leer. Der ist noch kein Porsche Taycan. Der ist, glaube ich, bei 2,2 Tonnen und die ganzen SUV Elektros, die sind bei 2,5. Der ist ja beschleunigend beschleunigend. Ja, das war von 60 auf 160 Grad. Alter. Sehr cool. Es ist einfach souverän, ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Ja. Ich meine, okay, wir haben jetzt, glaube ich, auch 10% Akku gleich verbraten. Ich glaube, für 84 sind wir auf die Euro gefahren. Ja, für 84 sind wir losgefahren auch. Ja. Ich meine, so fährst du ja nicht normal, wenn wir eine weitere Tour fährst. Also angeblich ist die optimale Reisegeschwindigkeit, wenn du auf Zeit aus bist, 190 tatsächlich. Weil du verbrauchst dann sehr, sehr viel. Aber du kommst ja schnell weit. Du kommst schnell weit und du würdest dann halt einen Zwischenstopp bei diesen Superchargern von Tesla machen und die können sehr schnell laden. Und zwar vor allem, wenn der Akku sehr leer ist. Das heißt, du würdest dich anstecken und dann auch musstest 60 eigentlich nur laden, weil ab 60 fängt er an, die Ladung runterzuziehen. Dann bist du bis 60 voll, ballerst das wieder so schnell leer, wie du kannst. Und angeblich kommt man somit am schnellsten voran. Natürlich ist es nicht effizient. Du verbrätst sehr viel Energie dabei. Ja, und nicht so schnell musst du erst mal zu fahren können. Genau. Das ist richtig. Die ganze Batteriefüllung, wenn man Tank kommt. Aber das habe ich auch vor, mal irgendwann zu testen, dass man eine Strecke hin und zurück einmal so fährt, wie man effizient fahren würde, halt maximal 130, 135. Und dann gucken, dass man das immer ausreizt und so spät wie möglich erst dreht. Und einmal wirklich gucken, mit Heizen und Schnellfahren. Und dann vergleichen. Du hörst ja beim Schleunigen, wenn der wirklich voll durchtritt, dann hörst du ja schon den Elektromotor so ein bisschen. Ja, so somit. Aber das finde ich auch cool. Ja, so fast höchst. Ich glaube, wenn hinten wäre es bestimmt auch größer. Mhm. Aber du bist ja ein bisschen größer. Mhm. Ich würde nochmal kurz ausprobieren, wie du hinten eigentlich sitzen könntest. Weil ich glaube, da mit deiner Größe wird es langsam kritisch. Okay. Weil ich dachte, mich gerade extra mal ein Stück nach hinten, weil hier vorne war gerade so er, wo ich sagte. Mhm. Nee, also es würde mich mal interessieren, wenn du den Sitz so eingestellt hast, dass er für dich passt und du dich einmal dahinter sitzt. Ich glaube, Kniefreiheit wird dann schon... Achso, Kniefreiheit. Meinen Sie doch die Wölkopfreiheit? In den nächsten Koppel, durch das Glasdach geht's. Ja. Wo ist denn die noch relativ weit aus? Was halt cool ist, ist, dass hier der Mitteltunnel nicht weitergeht. Also du bist halt komplett flach. Du kannst den Fuß halt auch irgendwo in die Mitte stellen und dann ein bisschen reinbeiniger da sitzen. Kofferwarmvolumen ist halt so ein Ding. Es sind halt 425 Liter vorne und hinten zusammen. Mhm. Also das ist okay. Du hast halt eine relativ schmale Ladeluke hinten. Ja, so ein Ikea-Schrank-Bausatz könnte eng werden. Die Batterien sind komplett unter dem ganzen Unterboden verteilt, oder? Ja, genau. Also zwischen den Rädern. Für die Gewichtsverteilung natürlich optimal. Ja. Halten wir das nochmal fest. Das liegt aber, glaube ich, einfach nur an der Höhe der Bank. Das ist hier. Ja, die Bank ist relativ flach. Genau. Gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Akkus einfach da drin sind. Ja. Und wenn du dich nach hinten mal so, Kopfstütze, Kopffreiheit, geht, ne? Ja. Ja, ist grenzwertig. Mit 1,80 bin ich. Ja, okay. Das waren zwei sehr schöne erste Tage mit meinem neuen Tesla Model 3. Die Abholung hat bis auf ein paar kleine erwartbare Mängel ganz gut funktioniert. Ich habe mir einen Überblick über das Fahrzeug verschafft und eine Art Bestandsaufnahme durchgeführt. Und am Ende haben wir noch zwei Reaktionen gesehen von Leuten, die zum ersten Mal in einem Elektroauto unterwegs waren. Ja, man ist versucht zu sagen, so schön wie er jetzt aussieht, wird er leider nie wieder aussehen. So gut wie sich jetzt alles anfühlt, wird es sich nie wieder anfühlen. Das ist das Schicksal eines Neuwagens. Von jetzt an geht es bergab. Damit es aber nicht so schnell soweit kommt, kümmere ich mich in meinem nächsten Video darum, das Auto so gut es geht zu schützen und damit auch den Wert zu erhalten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Philipp von Elektrozupf.